Hallo liebe Moviepiloten, es ist Mittwoch, das letzte Mal Endor Time auf Moviepilot. Wir sind bei Folge 12 aka dem Staffelfinale angekommen. Was ich davon halte, das verrate ich euch jetzt. Doch Achtung, hier kann es immer wieder zu Spoilern kommen, was Star Wars und Endor im Allgemeinen angeht. Bitte, bitte, bitte sei euch dessen bewusst und alles was jetzt folgt, ist nur meine Meinung. So, alle Disclaimer wurden disclaimed. Legen wir los. Okay, meine Güte, was ist das für eine emotionale Woche. Erst vor ein paar Tagen mussten wir uns von The Walking Dead verabschieden, nach elf Staffeln und ja, ich stehe dazu, die Folge hat mich echt emotional berührt und jetzt sind wir beim Staffelfinale von Endor angekommen. Ich weiß, das ist nicht eine derartig lange Reise, das sind nur zwölf Episoden, aber ich sag's ja Woche für Woche für Woche. Für mich ist Endor das stärkste Star Wars seit Jahren, gerade weil es nicht in die Falle tappt, in die alle anderen Star Wars Projekte reintappen und zwar Fanservice als Ersatz für Storytelling. Und Endor hat von Sekunde eins gesagt, nope, machen wir nicht. Ich finde es so witzig, wenn man sich jetzt diese ganzen Fotos anguckt von der Vanity Fair, wo Rosario Dawson neben Ewan McGregor steht, neben, ich glaube, Tamara Morrison, glaube ich, der war da auch, ich bin mir nicht ganz sicher, Pedro Pascal und tatsächlich Diego Luna. Und ich hätte nie gedacht, dass Diego Luna derjenige ist, der die Hitshow schlecht hinkriegt. Obwohl, ist es eine Hitshow, zu wenig Leute gucken sie. Zu wenig Leute gucken diese Serie und ich finde es echt traurig. Ich habe es auch tatsächlich thematisiert mit Marco im Podcast Nerd und Kultur. Hört gerne rein. Ich weiß nicht, woran es liegt, dass so wenige Leute diese Serie gucken. Ich meine, kann es daran liegen, dass Leute einfach die Schnauze voll haben von Star Wars und weil die letzten Projekte einfach nicht gut waren? Das ist echt möglich. Vielleicht wurden Leute zu häufig enttäuscht und haben gesagt, peace out, ich bin raus. Oder sie sagen, das ist zwar cool, aber es fühlt sich nicht mehr an wie Star Wars. Und ich verstehe beide. Aber ich muss sagen, diese Serie macht was für mich, was ich nicht gedacht hätte, was mir diese neue Richtung von Star Wars je geben könnte. Und das ist tatsächlich emotionales Investment. Und auch der Filmkritiker in mir sagt, das ist stark inszeniert. Das ist wirklich was Besonderes. Okay, wir reden über die Episode. Denn letzte Woche ist ja Andors Mom offscreen gestorben, also seine Ziehmutter. Und wir haben es nicht gesehen, wie gesagt. Aber wir wissen ganz genau, die Beerdigung findet jetzt statt. Und das bedeutet, alle Puzzleteile kommen zusammen. Denn sehr viele Leute werden auf dieser Beerdigung anwesend sein. Warum? Wegen Andor. Ich meine, Miro, ist das ihr Name? Ich bin so schlecht mit Namen in dieser Serie. Ich weiß nicht warum. Sie will ihn ja schnappen. Sie will ihn lebendig haben. Cyril reist dahin. Tatsächlich wegen ihr, weil er hat sich in sie verliebt. Andor ist selbst natürlich da. Zum einen, weil er sich von seiner Mutter verabschieden will. Zum anderen, weil er Biggs retten will. Luthen ist da. Und seine Agentinnen sind da, weil man Andor beseitigen möchte. Weil er ja eine Gefahr sein könnte für die Rebellion. Generell der Spannungsaufbau großartig. Der komplette Anfang auf Farricks. Ich liebe es. Wenn auch darüber gesprochen wird, einiges hat sich getan. Mehr kleine Grüppchen bilden sich. Es gibt immer mehr Resistance gegen dieses Imperium. Ich so, so fühlt sich das das erste Mal an, wie die wahren Anfänge der Rebellion. Ich weiß, Star Wars suggeriert uns alle zwei Sekunden, dass es die wahre Origin-Story der Rebellion gibt. So in Form von Star Wars Rebels und so weiter und so fort. Hier fühlt es sich am echtesten an. Du hast hier wirklich ein unterdrücktes Volk und irgendwann sagen sie, genug ist genug. Und ich finde das wirklich sehr, sehr heftig. Die Präsenz, generell der Aufbau. Wir haben dann den Tag der Beerdigung. Parallel sehen wir auch endlich Krieger, der über den geredet wurde. Dieser mysteriöse Agent. Wir sehen ihn tatsächlich in den inneren Rängen des Imperiums. Bei Qyburn und Co und ich. Okay, okay, spannend. Spannende Figur. Ich will mehr von ihr sehen. Ich wette, diese Figur wird nächste Staffel ordentlich wichtig. Aber es war toll, diese Figur zu sehen. Und dann sehen wir Mon Motma. Zum einen fand ich es ganz witzig, dass ihr Ehemann ein Gambling-Problem hat. Ja, er geht in Casinos, of course. Damit musst du aufhören. Wenn du so eine Scheiße machen möchtest, geh nach Canto Bight. Ich fand es lustig. Ich persönlich liebe es, wenn es jegliche Seitenhiebe in Richtung Canto Bight und The Last Jedi gibt. Hat sich angefühlt wie, oh ja, du willst gambeln? Dann geh in diesen anderen Scheiß-Film, wo es diese Nummer gegeben hat, den Eve nicht mag. Und ich, ich sehe dich. Ich weiß, das war sicherlich nicht die Intention der Aussage, aber scheißegal. Ich deute es so, ich fand es lustig. Aber ja, Mon Motma lässt sich auf den Deal ein. Sie stellt ihre Tochter diesem einen Sohn vor und ich, wuff, Game of Thrones-Vibes. Game of Thrones-Vibes ohne Ende. Hätte ich auch nicht gedacht, dass ich so etwas je in einer Star Wars-Serie sehen werde. Und dann haben wir das Szenario der Beerdigung. Und ich muss sagen, das wurde so stark inszeniert, so funktioniert Spannungsaufbau. Es war wie so ein Gummiband, dass man zieht und zieht und zieht und zieht und zieht und man weiß, irgendwann wird es explodieren. Weil die Beerdigung findet ja unter heftigen Umständen statt. Ich meine, Ferex ist besetzt. Wir sehen tatsächlich das erste Mal Stormtrooper. Nicht nur diese komische Polizei. Wir sehen Stormtrooper und imperiale Offiziere auf Ferex, die sich wirklich zusammentun. Und es fühlt sich an wie ein besetztes Land. Es fühlt sich an wie Inglourious Bastards, wenn man Frankreich sieht, wie die Nazis dort überall präsent sind. Und es ist wirklich echt heftig. Generell die ganzen historischen Bezüge, die diese Show hat. Ohne Ende fühlt es sich authentisch an. Es fühlt sich absolut nicht mehr märchenhaft an, sondern wie ein Polit-Thriller, wie ein Polit-Kriegs-Thriller. Und ich liebe alles daran. Ich liebe alles daran. Das war auch das erste Mal ever, dass Stormtrooper bedrohlich gewirkt haben. Ich meine, das sind die Trottel, die nie treffen können und die alle zwei Sekunden von unseren Helden in den Star-Wars-Filmen einfach plattgemacht werden, die eigentlich schon eine Lachnummer geworden sind. Diesmal hat sich das nicht angefühlt wie eine Lachnummer. Ich fand das verdammt heftig. Andor kommt tatsächlich auf Ferex an und er möchte seine Geliebte befreien, Biggs. Eigentlich sehr klassischer Star-Wars-Plot, aber es hat sich nicht cheesy angefühlt. Er meinte, zumindest das muss ich machen. Luthen ist auch da. Man geht davon aus, dass er will auch Andor umbringen. Und dann haben wir diesen Moment, wo diese Beerdigungszeremonie stattfindet und die Leute wirklich mit so einer Band, mit so einem Orchester begleitet werden, die so eine Musik spielen, die den Leuten von Ferex eine Menge bedeutet. Und man hört auch, wie Biggs diese Musik mitsingt von ihrer Zelle aus. Irgendwas Heftiges, irgendwas Heftiges wird passieren. Da gehen tatsächlich wie diese imperialen Polizisten schon in Positionen mit ihren Schildern. Das erinnert wirklich an heftige Szenen aus der realen Welt. Und ja, das Letzte, was sie tun, um ihr die letzte Ehre zu erweisen, ist, ihre letzte Nachricht abzuspielen. Dann wird sie wirklich hochprojiziert und hält eine Rede und sagt, ich weiß ganz genau, wenn ihr das seht, bin ich tot und so weiter und so fort. Wir haben lange genug weggeschaut. Wir haben weggeschaut, während das Imperium da war. Und dadurch, dass wir weggeschaut haben, haben wir diesen Apparat unterstützt. Und ich sage, nieder mit ihnen. Nieder mit ihnen kämpft gegen das Imperium. Und diese ganze Sequenz hat mich extrem an V wie Vendetta erinnert. Wenn V da seine Rede hält und sich was in den Menschen bewegt, denn genau hier ist es der Fall. Auf einmal haben wir eine richtige Protestwelle. Erstens probiert das Imperium diese Nachricht einfach nur stumm zu schalten. Und das hat halt auch dieses typische Diktatorische. Man kann nicht mal Wörter hören, die kritisch sind, weil sie könnten ja gefährlich sein. Und das sehen wir hier. Und die Leute auf der Straße fangen einfach an, sich mit den Soldaten und mit diesen Polizisten zu prügeln. Es kommt zum Schusswechsel. Man sieht auch, dass das Imperium tatsächlich einfach das Feuer eröffnet auf Zivilisten. Das ist nochmal was anderes. Ich meine, wir wussten, dass sie es immer tun. Das wussten wir. Aber bis dato haben wir Stormtrooper an der Front gesehen gegen die Rebellen. Das ist was ganz anderes. Aber die Leute sind hier die Rebellen quasi. Der Ursprung der Rebellion. Und diese ganze Sequenz war heftig, heftig, heftig ohne Ende. Ich kann es nicht anders sagen. Parallel gelingt es, Andor Biggs da irgendwie rauszuholen, was ich auch sehr stark fand. Und wir haben hier eine spannende Parallele. Weil Miro wird auf den Boden geslammt. Und man denkt, oh Gott, tun die ihr jetzt hier eine Menge an? Und ich so, wieso? Oh Gott, ist sie nicht Teil dieses Imperiums? Aber so sehr menschlich fühlen sich diese Charaktere an, dass ich auch nicht sehen will, wie sie einfach zerrissen wird. Und Cyril rettet ihr tatsächlich das Leben. Und bringt sie in Sicherheit. Und ich habe da eine Parallele gesehen zwischen ihm und Andor. Beide sind auf dem Planeten, um eine Frau zu retten, die sie lieben. Und ich weiß nicht, ob es zwischen den beiden je zu einer Liebesgeschichte kommen könnte. Weil sie ihn ja immer nur als Creep bezeichnet hat. Aber sie sieht ihn hier und sagt, ich glaube, ich schulde dir eine Entschuldigung. Und er, nein, tust du nicht. Aber ich will einfach nur, dass es dir gut geht. Es war ein süßer Moment von zwei Bad Guys. Was ich meine. Diese Show präsentiert Bad Guys als Menschen und nicht als Bad Guys, Bad Guys. Erneut. Palpatine würde hier gar nicht reinpassen. Das wäre einfach nur zu fantasyhaft. Hier mit seiner Kapuze und seinem Do it. Einfach nur die Märchen-Klischees irgendwie erfüllt. Haben wir hier nicht. Aber ich fand diese Parallele unfassbar stark. Ich weiß nicht, ob es euch da ähnlich ging. Dass die da rausgeholt wurde von jemandem, der wirklich Gefühle für sie hat. So was kenne ich bei den Bad Guys überhaupt nicht. Aber ja, diese ganzen Bobby Vendetta-Vibes. Wenn es einfach losgeht auf der Straße. Es gibt Straßenschlachten, Granaten gehen los. Ein paar Rebellen, also Rebellen gelangen an Waffen. Und es gibt Schusswechsel und so weiter und so fort. Ich fand das ohne Ende dramatisch und genial inszeniert. Und letztendlich gelingt es, Andor Biggs zu retten. Und er bringt sie auf ein Schiff. Und dann wird er mit Luthen konfrontiert. Und ganz ehrlich, das ist eine coole Parallele zum Ende des ersten Blocks. Weil er guckt ihn sich an und sagt, du bist hierher gekommen, um mich zu töten, oder? Und er antwortet ihm auch direkt, du machst es einem auch nicht leicht. Und er sagt, vielleicht mache ich es dir jetzt leicht. Du kannst mich umbringen. Tu es doch einfach. Und er, was für ein Spielchen spielst du ja einfach. Und dann sagt er zu ihm, entweder du tötest mich oder du bringst mich jetzt wirklich mit rein in die Rebellion. Weil jetzt ist Andor bereit. Bis dato war es nur einfach was Persönliches. Und hier und da auf seinem Planeten gegen diese Maschinerie anzutreten und zu rebellieren. Aber jetzt will er Teil etwas Größeren und Ganzen werden. Das muss er auch, wenn er seine Mom verloren hat, die dafür gelebt hat. Sie hat ja für das große Ganze gelebt. Und das sagt er Luthen. Und Luthen guckt ihn sich an, lächelt, legt die Waffe weg. Man merkt, okay, du könntest irgendwann so werden wie ich. Und das wird er ja letztendlich. Denn auch Andor wird für eine Welt kämpfen und für eine optimistische Welt kämpfen, die er selber nie erleben wird. Weil wir wissen ja, in Rogue One stirbt er durch den Todesstern. Deswegen finde ich all diese Parallelen unfassbar wundervoll geschrieben und stark, dass wir im Grunde genommen so ein Spiegelbild haben, wenn wir uns Luthen angucken. Luthen ist das Endresultat, was das Andor werden könnte. Und etwas Ähnliches wird ja aus ihm. Ich meine, er geht ja auch irgendwann über Leichen und killt sogar Leute, die es nicht zwingend verdient haben. Einfach nur für die große Sache. Und die große Sache ist die Rebellion. Die große Sache ist, dieses Imperium zu stürzen. Und deswegen, ich wollte einfach nur applaudieren. Ich so, wow, das ist Charakterentwicklung. Andor, eine Figur, die so ein Nebencharakter war, in einem Spin-Off-Prequel von Star Wars, basierend auf dem Eröffnungstext von A New Hope. Dass das draus gemacht wird. Dass man da so viel erzählen kann. Und so viel Atmosphäre rüberbringen kann. Einfach nur, alle Achtung. Alle, alle Achtung. Und dann gibt es eine Post-Credit-Scene. Und wir sehen tatsächlich, wozu diese Gefangenen gezwungen wurden. Woran sie tatsächlich gearbeitet haben. Wir sehen tatsächlich den Todesstern. Und das finde ich auch stark. Es ist für mich kein plumper Fanservice. Weil bis dato, die Serie kommt richtig gut aus ohne Fanservice. Es gibt keine Vader-Momente. Es gibt keine Palpatine-Momente. Es gibt nicht Jedi-Momente. Es gibt alles nicht. Aber der Todesstern gehört da irgendwo rein. Weil der Todesstern ist sehr krass verbunden mit der Geschichte von Andor. Andor wird sterben beim Versuch, diesen Todesstern zu vernichten. Er wird die Pläne klauen. Er wird es der Rebellion geben. Er wird den Erfolg nicht miterleben, wenn Luke dieses Ding in die Luft jagt. Aber er hat an dieser Waffe mitgebaut. Und die Tatsache, dass er an der Waffe mitgebaut hat, die er letztendlich irgendwie zum Versagen bringt, aber die ihn auch tötet, ist einfach unfassbar gut geschrieben. Das war ja so ähnlich wie Ben Mandelsons Charakter. Wie hieß er? Orson Krennic, der Bad Guy in Rogue One. Ich fand's geil, dass er nicht gestorben ist durch einen Schuss ins Gesicht. Oder dass er auf dem Schlachtfeld erschossen wurde. Sogar, dass Jyn Erso ihn nicht gekillt hat. Ich fand's geil, dass er von seiner eigenen Waffe umgebracht wurde. Diese Waffe, auf die er so stolz war, dieser Planetenkiller, war sein Untergang. Und sein Name wird nie mehr erwähnt. Sein Name wird nicht in den Geschichtsbüchern vermerkt werden. Nein, Tarkin nimmt all die Credits. Und das finde ich immer ziemlich krass. Und es passt zum Imperium. Man merkt, wie diese Leute, viele Leute des Imperiums, die Geschichtsbücher werden nicht über sie schreiben. Die Geschichte wird immer von den Siegern geschrieben. Und Andor wird in die Geschichte eingehen als ein Held. Und das finde ich persönlich unfassbar stark. Und deswegen, ich bin total begeistert. Auch hier, die haben echt abgeliefert ein würdiges Finale. Es gab auch für all die Leute, die sagen, slow burn, slow burn, slow burn. Gab es hier mehr Action? Aber es gab nicht Action, um Action zu haben. Der Plot hat es sehr unterstützt. Ich will auch, dass Season 2 sich genauso weiterhin anfühlt. Und ich bin ready dafür. Ich bin richtig ready dafür, Baby. Das ist echt eine starke Star Wars Show. Fuck it, das ist einfach nur eine gute Show. Man kann das Star Wars streichen. Es ist einfach nur eine gute Show. Eine gute Serie, die ich gerne Woche für Woche gucke. Und die ich, ich habe es gerade gesagt, bevor es losging. André sitzt hier. Ich wollte sagen Andor. André sitzt hier in der Regie. Ich lege sie sogar ihm ans Herzen. Der kennt sich nicht mit Star Wars aus. Aber ich könnte mir vorstellen, dass er sagt, Yves, das ist eine geile Serie. Und ich sage dir, André, das ist eine geile Serie. Sollte man geguckt haben, jetzt frage ich euch. Habt ihr das Staffelfinale gesehen? Hat es euch gefallen? Wenn ja, was hat euch am meisten gefallen? Wenn nein, warum gefällt es euch immer noch nicht? Was stört die Leute an Andor? Das interessiert mich wirklich. Ich meine das gar nicht verurteilend. Ich meine es aber wirklich als ernst gemeinte Frage. Was stört die Leute an Andor? Schreibt es mir in die Kommentare. Ich freue mich auf euch. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Schreibt es mir in die Kommentare.